haben wir haben sie dir gratuliert wenigstens ich lebe halt gut war halt auch gut da kommt auch das premium das wird man auch nicht und auch noch ein guter multi mit dem schrott symbolen aber es ist okay der rote wenn eins runter wäre wäre der dicke gewesen ist ja okay aber der punkt okay geht gut ab gleich jetzt mal max in rein naja hat ja ja alles gut nicht mit jeder okay der wald starten komm jetzt bitte hier mal um die wald vor der knallt richtig wald wald hier noch ein wein und dann mal hier die dinger rein okay warte mal ein guter symbole guter multi guter multi in drei gescheite aber der ist gut der ist der gut sogar holy nice weiß immer noch zwei reppels offen komm noch mal einer so noch mal so einer ach die kiste nicht komm mal noch mal dicker multi rein dicker multi nice nice der ist gut der ist auch gut der ist auch gut treffel zwei Stück nur auf mir komm mal ich will hier printen auf dem slot nice da kann hier tausend nix scheiße oh come on und ich will die 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 hier bringt das jetzt der superbrunner oder was super ist das okay ähm shisha was do we pick hier it's your request hier superbrunner 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 der wird schwer zu drücken jetzt wieder okay gut dann spinnst du ein und ein hit nein komm und die Buben noch komm mal bitte seid dicke 5k mindestens 5k bitte komm die das wird mindestens eine Minimum ja jetzt muss die Handeln da kommt doch eigentlich nicht so oft oder ich seh das eigentlich nicht oft dass bloß ein Spin weiterhitten bitte weiterhitten komm mal auf dem 5er Bett Junge wir haben so viele Spins noch die hohen Multis kommen jetzt schon bitte bitte nicht aus nicht trollen jetzt ja da fängt er an da fängt er an zu trollen kein hit nein er trollt jetzt rum 10 hit ah kein hit später er wendet ja nein jetzt gehts los Junge die 10 in die Mitte dann brauchen wir halt auch noch einen guten hit jetzt am Ende ne ja die Multis sind jetzt schon krass bitte kein hit bin wild what the fuck okay das ist okay komm nochmal ein hit nochmal ein hit fuck oh wir kommen auf jeden Fall zu die 100 hits Junge oh bitte ein dicker hit jetzt dann hinten ist egal schon bei dem Multis schon ein dicker hit ist schon krank das wird sehr spannend wir brauchen einen guten hit mit best mit dem Löwen oh nice nochmal ein hit holy shit wir haben 100 hits jetzt schon nochmal ein hit Queen ah fuck bis 500 wäre halt krank aber das schaffen wir weil wir fünf Spins noch haben wir kommen zu den 500 hits wir brauchen da nur Hits Junge der kann auch 10k easy zahlen wenn der hittet oh come on bitte hit reiz jetzt die Hantel die Hantel fuck wir brauchen einen guten wir brauchen einmal den Löwen dann ist durch komm komm ranz freut dich bitte komm ein dicker hit jetzt einmal durchziehen irgendwann ah kein hit Junge 10er oh da den Löwen vorne wir sind durch Junge die Löwen die Löwen der kommt der kommt der kommt bitte 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 na bitte 2 15 Bulli vorne wenn er den macht sind wir durch nein 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 das wäre halt Max Winn oder oh fuck das wäre halt Max Winn Junge aber wir haben noch 4 Spins auf 500 jetzt einfach nur Hits einfach nur Hits die knallen alle richtig einfach nur Hits die sind schon richtig heftig jetzt komm einfach nur Hits einfach nur Hits nein das klärst du auch schon gut 5k für den 5k für den Junge jetzt die Hantel noch hinterher oh nein die auch nochmal nochmal zweieinhalb ach guck einmal den Löwen rein Junge einmal den Löwen und wir sind da eben 50k oder so behaupte auch keine Dead Spins bitte keine Dead Spins bitte Löwen ist Max Winn ja wenn Löwen kommt ist Max Winn was wie viel ist denn der da war der eine siebeneinhalb der ist schon zwölf was der war plus das waren 5 plus siebeneinhalb das sind gar keine siebeneinhalb einfach oh scheiße die Hantel nein keine Dead Spins ja der ist nochmal ok die 10er wäre nochmal gut 2000 nochmal die 10er wäre mega nochmal bloß 1 Spin nein und die 10 die 10 bitte die 10 nein noch 1 Spin 1 Spin 1 Spin noch einmal den Löwen einmal den Löwen einmal den Löwen Junge bitte einmal den Löwen jetzt jetzt ein geiler Hit bitte ah der ist ok immerhin 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 nochmal 3k geht da noch was schwer sehr schwer 2 Albert 20k 1 2 2 2 2 er muss eigentlich nur weil wenn er das macht die scheiße verbinden und 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 und